herrlich so ja jetzt darf auch eine pause sein und immer noch mit diesem schönen schatten von dem baum und wenn man will kann man die sonne gehen so da ist noch irgendwas sind glaube ich kleidungskisten genau hier unten wieder das ist die werkzeugkiste dann die to do liste und überhaupt so die ganzen sagen was mir jetzt so einfällt bei der geschichte hier und dieser tisch den ich eigentlich überhaupt nicht daran gedacht hatte zu gebrauchen erweist sich mal wieder als genau richtig da sind so gewisse halterungen die ich noch irgendwie gucken ob ich verwenden kann das sind so halterungen für tablets oder telefon und dieses kühlbox turmregal das ist umgedrehte tischchen bänkchen und dann noch eine platte drauf schon hat man wieder ein stauplatz mehr ganz genial ach leid wenn man möchte kann man hier drin sich wieder ausruhen und pause machen und schlafen mittagsschlapp machen